Moin Seekräuter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch ein neues Premium-Schlachtschiff, die Njord, vorstellen. Work in Progress ist ein neues Testschiff, was ich hier im Hafen habe und dementsprechend wollen wir mal gemeinsam mit euch vorausschauen, was uns bei der Njord so erwarten könnte und ich möchte natürlich auch eine Vermutung äußern, für welche Ressource dieses Schiff kommen wird, beziehungsweise wie dieses Schiff ins Spiel kommen könnte. Wie gesagt, persönliche Meinung an der Stelle. Ja, die Njord wird, wie gesagt, auf T9 unterwegs sein, ist der dritte Schlachtschiff für die Europäer, was hier an den Start geht. Und jetzt die Frage an euch, Leute, erkennt ihr wieder, welches Schlachtschiff das sein könnte vom Grundrum fair? Weil, das kann ich jetzt schon mal spoilern, es ist auf jeden Fall eine Kopie eines bereits existierenden Schiffs mit veränderten Eigenschaften. Ding, 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 ding. Genau richtig, es ist die Prinz Ruprecht. Also, wir bekommen hier vom Grundrum fair ein Schlachtschiff der Stufe 9 der Deutschen, bloß mit anderen Eigenschaften, wenn man dazu sagen möchte. Chronogramm hat mir vor einiger Zeit geschrieben, die Njord stellt ein fiktionales schwedisches Schlachtschiff auf Basis deutscher Entwicklung gegen Ende des Ersten Weltkriegs dar. GK 4541 war wohl die Entwicklungsbasis, wenn man dazu sagen möchte. Aber, wie schon gesagt, rein fiktional. Und das bringt uns dann schon mal wieder gleich in das Close-Up hier bei dem Dampfer. Naja, was soll ich sagen? Beim Rumpf ist halt nicht so viel zu machen, außer dass man die Geschütze eben ausgetauscht hat. Die Prinz Ruprecht hat ja diese 406mm Geschütze. Und hier haben wir jetzt 380mm Hauptgeschütze bekommen. Und der Rest des Rumpfes ist fast identisch, kann man mal so sagen. Also, wenig Abwandlung hier dabei. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Ich habe jetzt nicht wirklich jede Ecke verglichen, aber im Grund erscheint das hier schon sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier bei der Ruprecht haben wir ja Vierfachwerfer. Hier haben wir jetzt Fünffachwerfer-Torpede dabei. Also, Backboard und Steuerbord jeweils zwei Werfer. Die Sekundär ist total ausgedünnt worden. Wir haben jetzt hier deutlich weniger Sekundär. Hier vorne ist gar nichts mit dran. Hier stehen dann zwei Geschütze. Das ist fast schon, naja, hier hinten kommt noch eins dazu. Also, das können wir auf jeden Fall mal komplett vergessen, dass wir damit vernünftig sekundär fahren können. Da gibt es dann einen anderen Fokus für. Im hinteren Bereich sind dann nochmal zwei Geschütztürme angebracht mit 380mm Kaliber. Njord steht auch schon drauf. Und der Rest ist relativ, ich will mal fast sagen, batanisch gehalten, so ein bisschen. Ja, relativ aufgeräumt, der Dampfer. Ja, und hier an der anderen Seite sehen wir dann halt die Torpedowerfer hier nochmal. Bei der Luftabwehr, da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen, haben wir hier 14x1,40mm. Und die 120mm hier, die zählen dann halt mit rein, die Sekundär, in die Flugabwehr. Ja, und wir werden auf jeden Fall, das Spoiler jetzt einfach schon mal, die Flugabwehr, darauf können wir uns ein bisschen freuen. Zumindest ab dreieinhalb Kilometer knattert es richtig in der Luft. Vorher haben wir aber auch schon eine vernünftige Langstrecke mit 165 kontrollischen Schaden. Das ist also in dem Sinne gar nicht so verkehrt. Gut 75% davon müssen wir rechnen, weil das ist halt die Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, da geht es dann nochmal ein bisschen runter mit den Werten. Aber auch sieben Granatenexplosionen sind auf jeden Fall mal ganz in Ordnung. Aber die Flugabwehr kann ich jetzt nachher bei den Werten so ein bisschen überspringen. Aber ich persönlich finde den Dampfer jetzt optisch okay. Auch wenn er mich jetzt nicht mega anspricht, weil er halt so ein bisschen aussieht wie so ein bisschen abgespeckte Variante. Weil halt die Sekundärgeschütze im größten Teil fehlen, muss man sagen. Gucken wir uns mal die Panzerung an. Auch da gibt es für uns keine große Überraschung. Außer, dass wir hier oben etwas dünner gepanzert sind gefühlt. 32 Millimeter haben wir hier eben durchgehend. Jetzt gucken wir uns mal die Prinz Ruprecht an. Haben wir da nicht irgendwo. Wobei, hier haben wir auch durchgehend 32 Millimeter. Habe ich mir ein bisschen falsch gemerkt. Ich dachte eigentlich, die wären ein bisschen dicker gepanzert in der Mitte. Aber hier vorne sind es 27. Und bei unserer Njord haben wir hier vorne dann 32. Also sind wir sogar vom Rumpf her besser gepanzert, kann man am Ende sogar sagen. Aufbaut 19 Millimeter. Hier an der Seite 150. Dann haben wir 220. Und dann kommt der Torpedoschutz mit den 300 und den 235 Millimeter. Wenn wir den Bug vorne wegnehmen, wir haben keinen Eisbrecherpanzer. Dann sehen wir hier nochmal 150. Die Kasematte mit 250. Und dann kommt der Zitadellenbereich, der hier vorne extrem schmal gehalten ist. Was eine ziemlich gute Sache ist. Hier 250 Millimeter. Und da unter haben wir nur 32 Millimeter Panzerung. Was regelmäßig zwar dafür sorgt, dass man da eventuell overmatched werden könnte. Aber wenn die Granate gerade durchgeht, dann ist die Scharfschaltschwelle schwer zu erreichen. Gerade für die großen Granaten, die 32 Millimeter Panzerung dann eben overmatchen. Wenn sie allerdings schräg durchgehen, Stichwort relative Panzerung, könnte die AP-Granate trotzdem auslösen von der Yamato als Beispiel. Und dann vielleicht in der Zitadelle explodieren. Aber diesen kleinen Trefferbereich hier zu treffen, ist gar nicht mal so einfach. Da gibt es ja ganz andere Zitadellen in World of Warships, wo der ganze Bereich deutlich breiter dargestellt ist. Auch im hinteren Bereich haben wir hier dann die 200 und die 32 Millimeter. Und hier auch die Kasematte mit 150 dazwischen. Und das war es hier oben. Also sind wir auf dem Deck empfindlich für Granaten, die 32 Millimeter penetrieren. Also HE-Granaten meine ich damit, die schweren Kreuzer vor allen Dingen. Die Aufbauten sind relativ, ich sage mal so, relativ klein gehalten. Ich persönlich finde, dass es da Schiffe gibt, wo die Aufbauten viel präsenter sind. Das ist jetzt hier meiner Meinung nach ganz okay. Aber ja, wie gesagt, auch das subjektives Empfinden in dem Fall. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen einfach weiter mit den Trefferpunkten auf der Stufe 9 mit 63.900. Hat die Prinz-Rubrecht ja schon nicht viel. Und dementsprechend hat sich das hier bei der New York auch nicht verändert. Genauso wie im Torpedoschutz sind wir mit 23 Prozent angegeben. Ist relativ wenig. Also von daher in beiden Bereichen Überlebensfähigkeit eher so mau. Dann kommen wir zur Artillerie. Wir haben hier 4x2 380 Millimeter am Start. Und richtig vorteilhaft sind natürlich 24 Sekunden Reloadzeit. Also die Hauptgeschütze, die alle 24 Sekunden schießen mit dem Kaliber. Okay, das ist auf T9 nicht das Größte. Mit Abstand auch nicht das Größte. Es gibt auf jeden Fall deutlich bessere. Aber die Nachleihzeit kann auf jeden Fall ein bisschen was rausholen. Wir haben schnelldrehende Hauptgeschütztürme. Eine gute Kampfentfernung mit 21,4 Kilometer für meine Empfinden. Und eine maximale Streuung von 274 Meter. Gepaart mit einem Sigma-Wert. Und jetzt kommt es von 1.9. Also wir haben hier deutsche Geschütze, aber mit einer höheren Genauigkeit. Das können wir auf jeden Fall schon mal so im Hinterkopf behalten. Das sagt auch Wargaming in ihrem Deathblock zu dem Schiff. Also dass da auf jeden Fall ein bisschen was dran gedreht wurde. Dass wir da ein bisschen präziser mit schießen. Wobei die Streuungstelipse hier immer noch eine Standard-Schlachtschiff-Streuungstelipse ist. Also nicht irgendwie verbessert oder so. Denn wir erinnern uns, unsere Prinz Ruprecht. Die hat ja von Hause aus eine leicht bessere Streuungstelipse bekommen mit den Hauptgeschützen. Das haben wir jetzt hier eben nicht. Da führt die Ruprecht einen niedrigen Sigma-Wert. Und wir eben hier einen hohen Sigma-Wert. Also einen etwas niedrigeren Sigma-Wert. So muss man das sagen. Wir haben jetzt hier 1.9. Das ist für deutsche Geschütze relativ präzise, um es mal so auszudrücken. Auch bei der HE-Granate und bei der AP-Granate hat sich natürlich nichts verändert. Das sind am Ende die Granaten. Die war aus 380-Millimeter-Geschützen eben zu kennen. Also 4.400 Alpha-Damage mit 34% Brandwahrscheinlichkeit, ein Viertel-Penetration und eben die AP mit 11.600 Standard-Aprallwinkel. Ja, das ist also, sagen wir mal, eine Pommern-Granate oder so. Das kann man als Vergleich nehmen. Das ist ja das gleiche Kaliber. Okay, dann gucken wir hier weiter. Bei der Sekundär 6x220 Millimeter können wir halt komplett vergessen. Die Feuerreichweite ist ganz nett. Damit können wir, glaube ich, ganz gut arbeiten. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar die 4x5-Wachwerfer. Und wir reden hier am Ende von, laut Wargaming, Hallern-Torpedos. Ja, wir haben hier 10.700 Alpha-Damage pro Torpedo. Bei Minuten 20 ist hier die Nachleiterzeit, bis die Torpedowerfer nachgeladen sind. Aber die haben 15 Kilometer halt auch Reichweite, genau wie die Hallern. Und die Reaktionszeit beim Gegner ungeskillt beträgt dann ca. 7,8 Sekunden. Das ist ein guter Wert. Damit kann man zumindest gut arbeiten. Ihr wisst selbst, wie häufig man mit der Hallern dann die Ziele trifft. Also dafür sind die Torpedos einfach unheimlich schnell. Und hier müssen wir halt 2 Minuten 20 warten, bis die nachgeladen sind. Der Luftschlag, auch das ist in dem Sinne nichts Außergewöhnliches. Für T9 genau standardmäßig basierend. 10 Kilometer Reichweite bei Schlachtschiffen. 4.200 ist der Alpha-Damage für die Wasserbomben. Flugabwehr haben wir uns eben schon angeguckt. Gehe ich jetzt nicht mehr groß drauf ein. Die Reichweite ist auf jeden Fall positiv mit 6 Kilometer. Und nicht 5,8 oder 5,2 wie bei den Deutschen. Sondern wir haben hier die europäische Reichweite bekommen. Und einen vernünftigen Schaden dazu. Bei der Manövrierbarkeit gibt es am Ende nicht so viel zu sagen. Außer, dass wir genau Hubrecht-Werte übernommen haben. Das heißt, wir sind bei allen drei Werten im vorderen Bereich mit dabei. Die Geschwindigkeit, da könnte man drüber streiten. Aber auch das ist jetzt keine schlechte Geschwindigkeit. Aber Wendekreisradius und Ruderstellset sind super manierlich. Da kann man wirklich gut mit arbeiten. Und da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall in den Optenso in dem Bereich. Da sind wir auf jeden Fall drin. Dann Verborgenheit 15,1 Kilometer und 11,8 Kilometer. Das heißt, hier können wir drei Kilometer runterskillen. Dann sind wir bei 12 Kilometer. Die Sekundär spielt natürlich jetzt hier für uns keine Rolle. Das heißt, wir können hier eventuell auch nur mit einmal Tarnung arbeiten. Müssen wir dann mal schauen, weil unsere Torpedos gehen ja 15 Kilometer weit. Außerdem, ein Schlachtschiff ist eh meistens offen. Wir spielen ja jetzt nicht komplett auf Verborgenheit und machen sonst gar nichts. Sondern wir setzen nur die Torpedos ein, sondern wir benutzen ja unsere Hauptgeschütze. Dementsprechend sind wir entdeckt. Das heißt, einmal Consumment würde wahrscheinlich auch reichen. Und man macht irgendwas anderes. Gucken wir uns noch die Verbrauchsmaterialien an, Leute. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam dabei, was 15 Sekunden aktiv ist. Damit sind wir relativ lang. Es gibt noch normalerweise Schadensbegrenzungsteam, die 20 Sekunden lang sogar aktiv sind. Aber hier haben wir auf jeden Fall eines der längeren Varianten eben erhalten. Und es gibt eine ganz normale Reparaturmannschaft. Hier 0,5 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte werden hier pro Sekunde wieder hergestellt. Dauer, Wirkungsdauer und Ladezeit sind soweit ganz normal. Auch hier haben wir dann vier Aufladungen standardmäßig mit dabei. Ja, also soweit erstmal nichts Außergewöhnliches. Außer, dass wir ein bisschen präzise Raubgeschütze bekommen haben. Dafür ein kleineres Kaliber. Und dass wir eben die Hallandtorpedos an beiden Seiten in den Werfern mit drin haben. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Vielleicht kann man auch sagen Hauptbatteriegeschütze. Dass die so kurz nachladen, ist vielleicht auch noch ein Highlight. Mit dem Rest müssen wir dann aber schon ganz gut aufpassen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Schiff hier ausrüsten. Ja Leute, ich habe jetzt einfach mal den Bild nachgebaut, den Wargaming jetzt hier empfiehlt. Und die gehen komplett auf Survive. Also hier Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1 und 2 eingebaut. Die gehen hier dann auf die Genauigkeit der Hauptbatterie. Offensichtlich ist das der Schwerpunkt, den sich Wargaming zumindest für diese Chip vorstellt. Ich werde jetzt initial einfach mal so testen. Antideto-Flagge hier auch dann natürlich die Survive-Flaggen mit drauf. Flugabwehr, die ganzen Geschichten. Die eben eh schon gut sind, die halt nochmal verbessert. Beim Kapitän habe ich 19er Kapitän zur Verfügung. Das heißt, ich muss auf zwei Punkte verzichten. Das heißt, ich verzichte hier erstmal auf strammes Tempo. Und gucke mir das dann so an. Hier dann auch die präventiven Maßnahmen mitgenommen. Den Notreparaturspezialisten hier unten. Natürlich auch Notreparaturexperte, Tarnungsmeister und den Brandschutz. Ich nehme jetzt einfach Doppeltarnung mit. Auch wenn ich definitiv noch eine Variante ohne Doppeltarnung ausprobieren werde. Turmdrehgeschwindigkeit verbessert, um dagegen zu wirken, gegen das Modul in Slot 6 Adraninrausch. Mit dem Bild, den wir jetzt hier haben, haben wir dann eine Nachladezeit von nur 21,1 Sekunden. Was sehr stark ist. Auch die Turmdrehgeschwindigkeit ist super schnell. Höhe 380 Millimeter Kaliber. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Bei den Torpedowerfern hat sich jetzt ja eigentlich nichts wirklich getan. Außer die Flutungswahrscheinlichkeit natürlich ein bisschen steigt durch die besondere Flagge im Wesentlichen. Sonst kann man eigentlich kaum was sagen. Wir erreichen eine Tarnung von 12,2 Kilometer. Das wird von der Prinz Ruprecht schon kennen. Und mit 33,6 Knoten sind wir jetzt Schlachtschiff jetzt auch nicht so langsam. Wir werden unbedingt strammes Tempo brauchen. Ja, okay. Damit sind wir quasi fast am Ende des Videos. Ich habe euch gesagt, ich gehe nochmal darauf ein, was ich denke, wie dieses Schlachtschiff ins Spiel kommen könnte. Es wird nämlich noch ein anderes Testschiff irgendwann demnächst mal geben. Und zwar ein T5-Zerstörer der europäischen Nationen. Die wurden beide im gleichen Deathblock angekündigt, diese Schiffe. Und darum ist unsere Vermutung, dass beide Schiffe zu Weihnachten kommen werden. Und zwar in der Werft. Das ist so unsere eingehende Vermutung. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein übermäßig starkes Schlachtschiff, sondern halt ein bisschen präziser, ein bisschen nett mit den Torpedos. Und das war es eigentlich schon. Und dieser T5-Zerstörer könnte ein Schiff werden, was dann auf dem Weg dahin irgendwie noch mit als Belohnung ausgeschüttet wird. Und weil sie zwei Europäer auf einmal angekündigt haben und dann auch noch mit dem Schiffsabstand, könnten wir uns das vorstellen, dass das eben ein Werftschiff wird. Es kann auch was ganz anderes werden, aber das wäre jetzt meine Idee, die ich da so habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der New York haltet, was ihr denkt. Und für mich ist es halt ein durchschnittliches Schlachtschiff, nichts Außergewöhnliches voraussichtlich. Und ja, ob die Hauptbatterie jetzt wirklich so viel präziser ist und ob die Torpedos dann so viel mehr Spaß machen, weil sie jetzt auf dem Schlachtschiff dabei sind, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht mega hyped oder irgendwie sowas, sondern ich lasse mich jetzt einfach erstmal überraschen, wie der Dampfer sich anfühlen wird. Ja, und dann sind wir mit dem Video schon fertig. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und euch habt informieren lassen. Hoffentlich ist mir das gut gelungen. Wenn es so ist, denkt an den Daumen nach oben, das kostenlose Kanal-Abo, denkt an die Glocke, empfehlt uns gerne weiter euren Freundinnen und Freunden, die sich für World of Warschel interessieren. Würde mich mega freuen. Danke an unsere Kanalmitglieder, die uns hier im Hintergrund auch finanziell immer regelmäßig unterstützen. Das ist eine solide und vernünftige Unterstützung. Und ihr bekommt dafür Vorabzugang zu diesen Videos oder zumindest zu vielen Videos und das auch noch werbefrei. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht noch mit darüber nachdenkt. Also vielen herzlichen Dank, falls ihr euch die Zeit dafür nehmt. Und dann gibt es diesmal den Hinweis, nicht auf unsere Livestreams, sondern auf unseren Discord. Wir haben einen Discord mit über 1600 Mitgliedern, eine starke Community, die einander hilft, die füreinander da ist. Und ihr könnt Teil dieses Discords werden, wenn ihr noch nicht dabei seid. Einfach unten in die Beschreibung gucken, da ist ein Discord-Link, raufklicken, kostenlos für Android, Windows etc. iOS ist da natürlich auch mit dabei. Könnt ihr eine Anwendung runterladen, die ist komplett kostenfrei. Und dann könnt ihr bei uns auf dem Server immer mit informiert werden, wenn es neue Codes gibt, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mit an Bord seid. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Secords Team, euer Andi. Ciao, ciao.